Dienstag, 16. Oktober 2018. Jamal-Halbinsel, Nordwest-Sibirien, Russland. Die meisten Menschen mögen die Kälte nicht. Gennady Chadrin liebte sie. Sein Mantel bestand aus zwei Schichten Leder, das hielt den Wind ab. Ein Futter aus Rentierfell sorgte für Wärme ebenso wie der Fellbesatz am Kragen und an den Ärmeln. Gennady war gerüstet für die Kälte Sibiriens. Aber es wurde nicht kalt. Schon der vergangene Winter war zu milde gewesen, der davor ebenfalls. Aber jetzt war es noch wärmer geworden und das machte Gennady Chadrin Sorgen. Die Erde war zu feucht und der Wind zu warm. Seine Rentiere würden auf dem weichen Böden nicht vorankommen, sie brauchten den Frost. Eigentlich hätte Gennady längst zu den nährstoffreichen Wäldern im Süden aufbrechen müssen, aber wie sollten sie es schaffen, 400 Kilometer über den viel zu weichen Boden? Gennady war ein Hürde, so wie seine Eltern Hürden gewesen waren, seine Großeltern und alle Ahnen, über die ihm je berichtet worden war. Er und seine Familie lebten mit und von den Rentieren. Sie aßen das Fleisch und tranken ihr Blut. Aus den Fellen nähten die Frauen Mäntel und Decken, aus den Knochen fertigten sie Ruten, Messer und Haken für die Zelte. Die Sehnen wurden zum Nähen verwendet. Doch das ganze Wissen seiner Vorfahren half Gennady nicht bei der Beantwortung einer einfachen Frage. Was tun, wenn der Frost nicht kommt? In Gennadis Sprache bedeutet Jamal die große Weite. Und tatsächlich war die Halbinsel über Jahrhunderte ein abgelegener Ort im Permafrost gewesen, von der Welt nicht weiter beachtet. Als Gennady geboren wurde, lebten in seiner Heimat, dem autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, gerade mal 80.000 Menschen. Dann wurden hier die größten Gasvorkommen der Erde gefunden. Als Gennady 40 Jahre alt war, gab es in seinem Land schon über eine halbe Million Menschen. Wie viele es heute waren, in seinem 51. Lebensjahr, konnte er nicht sagen. Was er aber wusste. Den meisten von ihnen war das Land nicht mehr wichtig. Sie verdienten Geld in den Fabriken und Bohranlagen. Sie schlugen ihre Trassen durch das Weideland der Rentiere, sie vergifteten das Wasser. In einem einzigen Jahr flossen über den Fluss Ob 125.000 Tonnen Rohöl in das Nordpolarmeer. Gennady ahnte, dass er seine Familien nicht mehr lange schützen konnte. In dieser Nacht wachte Gennady plötzlich auf, weil er ein Wimmern hörte. Sergei, sein jüngster Sohn, der gerade vier Jahre alt geworden war, fieberte. Er hatte seit zwei Tagen kaum etwas gegessen, nicht einmal von den Beeren, die sie im Sommer gesammelt hatten. Jetzt lag der Junge bleich und schwitzend auf dem Fell. Er zitterte. Gennadys Frau, die beiden Töchter und der ältere Bruder knieten vor dem Kind, die Mutter streichelte seinen Kopf. Gennady stieg in die Fellschuhe und lief los. Er brauchte Jorak, den Schamanen. Die Nenzen halten mit dem, was die Natur ihnen gab. Der Schamane kannte Kräuter. Er konnte aus Weidenzweigen eine Milch pressen, die bei Fieber half. Er kannte die Beschwörungsformeln gegen den Schmerz. Aber er war auch modern genug, um zu wissen, wann seine Magie nicht mehr half. Jorak legte Gennady die Hand auf die Schulter. Ihr werdet Sergei begraben müssen, mein Freund, so tief, wie ihr könnt. Ein Fluch ist zurück, eine uralte Krankheit. Sergei, der kleine Junge, atmete flach. Sein Fieber stieg, die Milch aus Weidenruten würde ihm nicht helfen. Jorak strich ihm über die Stirn. Der Frost hat uns vor dem Fluch der Krankheit geschützt. Doch nun, wo alles taut, wächst die Gefahr. Wahrscheinlich ist eines deiner Tiere befallen, vielleicht auch mehrere. Am nächsten Tag begrub Gennady seinen jüngsten Sohn. Direkt danach brach die Familie auf. Am Abend holte das Fieber die beiden Töchter, sie starben zwei Tage später. Als Katharina starb, seine Frau, war Gennady schon zu schwach, die Leichen zu vergraben. Dann war die ganze Familie tot, eine Sippe der Jamal-Nenzen erloschen. Als kurze Zeit später eine andere Familie die verwaisten Rentiere fand, starben in kurzer Zeit 15 weitere Menschen sowie die komplette Herde. Alles, was von ihnen blieb, war eine winzige Notiz auf einer unbedeutenden russischen Nachrichtenseite im Netz. Tote im Permafrost kommt der Milzbranderreger zurück. Dienstag, 29. Januar 2019 Datscha des Präsidenten der Russischen Föderation Novo Ogarjovo, Odinsov-Bezirk bei Moskau Freunde, die Nachrichten sind nicht gut, sagte Zetschin. Wir haben neue Lecks. 27 Fälle sind in den letzten Wochen aufgetaucht, alles neue Risse und Absackungen an den Pipelines. An zwei Stellen sind Wohnblocks eingestürzt. Igor Ivanovich Zetschin, Vorstandsvorsitzender bei Rosneft, blickte in die Runde. Erst zu Alexei Borisovic Miller, dann zu Gerhard Schröder, dann zu Wladimir Putin. Draußen schneite es seit Tagen. Ein Schneepflug hatte den Weg zur Datscha erst freiräumen müssen, links und rechts der Einfahrt, türmten sich die Schneemassen. Vom Kaminzimmer aus konnte man normalerweise die Fahrer beobachten, wenn sie vor dem Garagenhaus rauchten und auf ihre Chefs warteten. Aber jetzt waren die Flocken viel zu dicht. Keine fünf Meter weit konnte man sehen. Es war schwer vorstellbar, dass ein ausbleibender Winter ein Problem sein könnte. Putin schwieg. Er blickte in den Kamin. Seine Datscha war ein Landhaus mit Konferenzsälen, Nebenhäusern, Sporthalle, zwei Küchentrakten, einem Fernsehstudio und einer Bunkeranlage im dritten Tiefgeschoss. Und das Kaminzimmer sah nur auf Fotos heimlich aus. Dort, wo üblicherweise die Hausfotografin stand, blieb der Raum schmucklos getäfelt. Putin sah auf. Noch mehr so beschissene Nachrichten? fragte er. Miller streckte sich. 45 Prozent unserer Anlagen und Pipelines liegen in den gefährdeten Gebieten. Die gesamte Infrastruktur seiner Gazprom würde leiden, wenn die Böden weiter so schnell und tief tauten. Manchmal entzündeten sich Gashydrate unter den Eishügeln. Niemand konnte sagen, wo und wann es Explosionen geben könnte. Die Lage war ernst. Offenkundig. Dazu kamen die Waldbrände in Sibirien. Mehr denn je zuvor, größer denn je zuvor. Sie ließen den Boden schneller tauen, was wiederum für mehr Methan sorgte und den Klimawandel beschleunigte. Das alles war prognostiziert worden. Aber mit welcher Wucht die Vorhersagen eintreffen würden und dass Russland eines der ersten Opfer des Klimawandels werden sollte, das änderte alles. So wie es jetzt lief, das war den Männern klar, würde es nicht weitergehen können. Es hörte nicht auf zu schneien. Am späten Nachmittag, es war bereits dunkel, endete das kleine, inoffizielle Treffen. Die Fahrer manövrierten ihre Autos durch das Schneeflockengrau. Miller und Setschin verschwanden im Getümmel der Flocken. Bevor Schröder sich verabschiedete, kramte er in seiner Tasche. Er zog ein Buch hervor. Das wollte ich dir noch geben, sagte er. Putin zog die Augenbrauen zusammen. Du weißt doch, dass ich keine Zeit habe, Bücher zu lesen, und jetzt erst recht nicht. Ich dachte, du willst mit deinem Deutsch im Training bleiben, entgegnete Schröder. Hm, sagte Putin. Du musst auch nicht das ganze Buch lesen, sagte Schröder. Ich habe dir drei Seiten markiert. Es geht um Oktopoden in Boston. Putin nahm das Buch entgegen, einen Anflug von Spott in seinen Augen. Oktopoden, ah ja. Du wirst verstehen, warum, sagte Schröder und stapfte zu seinem Wagen. Putin hob die Hand, winkte, ging zurück in seine Datscha und schlug das Buch auf. Montag, 3. Mai, 2100. Hagenburg am Steinhuder Meer, nahe Hannover, Deutschland. Hundlach schlägt die Augen auf, er ist sofort wach. Früher konnte er allmählich aus dem Schlaf in den Tag hinübergleiten, sich noch ein wenig räkeln und strecken. Aber nun ist da diese künstliche Intelligenz, diese Roboterfrau, Krankenschwester, Sekretärin, Gouvernante, in einer Maschine. Und natürlich bemerkt Tracy, so heißt das Ding, sofort das Hundlach nicht mehr stäft. Guten Morgen, Maximilian. Es ist 6.20 Uhr. Tracy hat eine warme, sinnliche Stimme. Sie hat am Fußende des Bettes gewartet, nun dreht sie ihren weißglänzenden Kopf. Sie lässt es hell werden, im Zimmer schaltet Musik ein. Ein Klavierstück aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Song for Guy, Elton John, eine wehmütige Melodie über eine Handvoll Akkorde. Du hast schlecht geschlafen. Ich möchte deine Vitalwerte messen. Ach Tracy, murmelt Gundlach, lass mich doch erst mal aufstehen. Doch die Roboterdame hat seine Hand schon ergriffen. Blutdruck 110 zu 60, entgegnet sie. Mangel an Eisen, Vitamin D und B12, Säureüberschuss im Magen, Medikation wie immer. Sie hält Gundlach ihre weiße Hand entgegen, öffnet sie und gibt den Blick auf eine purpurfarbene Pille in ihrer Handfläche frei. Gundlach nimmt die Tablette. Tracy lächelt und schickt einen Befehl in die Küche. Es soll ein Eiweiß und eisenhaltiges Frühstück sowie einen grünen Matcha geben. Von der Küche dringt ein Summen herüber. Gundlach ist müde. Ja, er schläft schlecht. Und sein Magen schmerzt. Langsam erhebt er sich und tritt vor den Kleiderschrank. Drei Tage wird das Treffen dauern. Seine Stimme klingt flach. Tracy rollt heran mit einem Bambuskoffer. So steht es in deinem Kalender, sagt sie und räumt Hemden, Anzug, Unterwäsche und Socken in den Koffer. Danke, sagt Gundlach. Gundlach ist froh über Tracy. Sie ist angenehm unmenschlich, keines dieser chinesischen Roboprodukte mit Humanemotionen. Sein alter Freund Seitz, der Soziophysiker, hatte ihm so etwas aufschwatzen wollen. Aber Gundlach ist Witwer. Nach 86 Jahren Ehe wäre eine Humanoide ihm wie Verrat vorgekommen. Nein, Tracy ist einfach da, sie hilft im Alltag, aber sie versucht nicht, irgendjemanden zu ersetzen. Gundlach hat inzwischen geduscht, jetzt betrachtet er sein Gesicht im Spiegel. Einige Falten erscheinen ihm tiefer als sonst. Er ist 105 Jahre alt. Man kann nicht immer 70 sein, denkt er. Da hilft kein Sport, kein Kardiostudio, keine Vorlesungen und keine Reisen zu Konferenzen. Gute Ernährung hilft. Sein Küchenroboter, eine Maschine ohne Namen, pflückt mit einem Arm frischen Salat und Kräuter aus der Aquaponikanlage, in der Tilapia, Buntbarsche gezüchtet und Nutzpflanzen kultiviert werden. Ein anderer der insgesamt vier Servicearme verrührt eine weiße, zähe Flüssigkeit in der Pfanne, während zwei Scherenfinger die Kräuter zerkleinern. Ein weiterer Arm streut Gewürze dazu. Gerührtes Mungobohnenei an Algenspinatsalat mit Dill, sagt eine männliche Stimme. Guten Appetit! Gundlach setzt sich in die Nische zwischen Aquaponikanlage und Herd. Er wäre gerne etwas besser bei Kräften, um die Tage in Paris genießen zu können. Denn eigentlich gehört das Treffen mit den sechs anderen zu den besten Terminen im Jahr. Er ist gespannt darauf, die neuen Spielzeuge in der Wohnung von Michel zu sehen. Als Agrarwissenschaftler und Ingenieur teilt er ihre Faszination für nachhaltige Alltagstechnik, besonders im Bereich Ökodesign. Mit Sicherheit hat die Produktdesignerin wieder ein paar interessante neue Möbel zu präsentieren. Und natürlich freut er sich auf Seitz, ein brillanter Denker. Es wird hervorragendes Essen geben und beste Weine. Und wie immer werden sie bis tief in die Nacht diskutieren. In diesem Jahr wollen sie über ein historisches Thema reden. Über die Jahre der Entscheidung. Damals. 2025. Und warum es so kommen musste, wie es kam. Und ob es damals anders gelaufen wäre, wenn nicht Menschen regiert hätten, sondern Algorithmen. Gundlach wird besonders viel beitragen müssen, er ist der einzige Zeitzeuge. Von den sieben Teilnehmern war nur er damals dabei. Über Computerintelligenz wird er gern debattieren, denkt Gundlach. Aber über die Erlebnisse vor 70, 80 Jahren redet er nicht gern. Er trinkt den Tee aus. Der Magen brennt schon etwas weniger. Tracy rollt den Koffer zur Tür. Die Reisezeit in der Magnetschwebebahn beträgt 42 Minuten und 16 Sekunden. Es bietet sich an, eine Meditation zu realisieren. Ja, eventuell. Gundlach muss lächeln. Tracy schließt die Augen. Eine gute Reise, Maximilian.